Willkommen zu Kita Today, unserem fast rechtlichen Kita-Format. Ich bin Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und wir müssen uns über eine Entscheidung kurz unterhalten, die vor dem Landgericht München gerade ganz frisch ergangen ist, denn da hatte sich ein Träger wahrscheinlich vor relativ langer Zeit einmal gedacht, okay, wenn mir mal der gesamte Betrieb geschlossen wird oder ich überhaupt ihn schließen muss, weil vielleicht die Masern ausbrechen, weil vielleicht das Dach undicht ist und es reinregnet oder ein Rudelratten sich in unserem Kita-Garten umhertreibt, tja, dann möchte ich doch lieber abgesichert sein, denn ich bin natürlich ein vorsorgender Träger und gehe keine finanziellen Risiken ein, die ich am Ende nicht aushalten kann. Und da hatte sich dieser Träger wahrscheinlich vor einiger Zeit gedacht, eine Betriebsschließungsversicherung, die hört sich doch prima an, dann kann mir doch wenig passieren, wenn tatsächlich erstmal zu einer Schließung meiner Kita kommt und hat ebenso brav wahrscheinlich dann die Versicherungsprämien über einen längeren Zeitraum gezahlt. Und dann kam Corona und Überraschung, Kita zu, alle Einrichtungen, Land auf, Land ab, sind in den Winterschlaf teilweise übergegangen und nun dachte sich unser Kita-Träger, da kann ich doch jetzt endlich mal diese Betriebsschließungsversicherung ziehen und mir den entstandenen Schaden von der Versicherung zumindest zu großen Teilen ausbezahlen lassen. Aber das Landgericht München hat gesagt, ist nicht. Deine Versicherungsbedingungen haben diesen Fall, den wir hier in Deutschland erlebt haben, nicht abgedeckt, denn, oh Träger, oh Überraschung, du hast ja gar nicht eine komplette Betriebsschließung erlitten. Du hattest ja eine Notbetreuung aufrechtzuerhalten bzw. die Möglichkeit, eine Notbetreuung zu gewährleisten, wenn du denn entsprechend Kinder oder vielmehr Eltern mit einem entsprechenden Bedarf gehabt hättest oder tatsächlich hattest. Und diese Form, wie sie hier von den Gesundheitsämtern oder letztendlich auch von den Landkreisen und oder den jeweiligen Landesregierungen, wie sie dann auch gewählt worden ist, die stellt eben diese Form, diese Form stellt eben keine Betriebsschließung dar, sondern eine Betriebsbeschränkung. Und die Versicherungsbedingungen, so das Landgericht München, einer noch nicht rechtskräftigen Entscheidung, die eben besagen, naja, nur die komplette Betriebsschließung ist irrelevant dafür, dass der Versicherungsfall eintritt. Und so wie es eben war, haben wir diesen Versicherungsfall nicht und somit bleibst du, lieber Träger, auf deinem Schaden sitzen. Tja, was halten wir davon? Kann man sicherlich so sehen. Das muss man rechtlich wahrscheinlich zugeben. Auf der anderen Seite natürlich bedeutet das, dass hier die Träger im doppelten Sinne im Regen stehen gelassen wurden, weil sie oder im Regen stehen letztendlich, denn zum einen haben sie eine Notbetreuung zu gewährleisten gehabt, aber womöglich wegbrechende Einnahmen. Denn die Notbetreuung bedeutet ja nicht auf einmal, dass man weniger Personal vorhalten muss oder dass man die Möglichkeit, das war ja vielerorts auch nicht möglich, dass man die Möglichkeit gehabt hätte, groß in die Kurzarbeit zu gehen. Das wurde ja wirklich von manchen Bundesländern mit Androhung von Finanzierungsentzug mehr oder weniger kommentiert. Also, dass man hier weiter auf den Kosten saß, aber eben auch nicht auf eine Versicherung zurückgreifen konnte oder in diesem Fall auf eine ganz spezielle Versicherung eines speziellen Anbieters zurückgreifen konnte, weil eben nun mal die Sache mit der Notbetreuung im Raum steht und das nun mal nicht mit dem Wortlaut der Versicherungsbedingungen in Einklang zu bringen ist. Es ist wieder mal doppelt hart für die Träger, das muss man so sagen an dieser Stelle und lässt nichts allzu Gutes erwarten, wenn wir demnächst jetzt in die heiße Phase der zweiten Welle übergehen, denn da sind wir uns sicher, da wird es sicherlich Land auf Land ab massig Schließungen geben. Es gibt es hier bereits jetzt, wir gucken uns jeden Tag an, wie es dazu die entsprechenden Meldungen wirklich aus der kleinsten Kommune, aus dem kleinsten Dorf gibt und wir sehen ja, wie viel das gerade sind. Und wenn wir allein sehen, dass aktuell heute in Bayern 8.800 Schüler in Quarantäne sind, dann können wir uns vorstellen, wie viel da noch auch im Kita-Bereich dann hochkommen wird und nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland. Es wird also nochmal sehr, sehr heiß, nochmal sehr, sehr spannend. Deshalb, wie immer, unser Satz am Ende unserer Videos, bleibt gesund und morgen geht es weiter. Bis dahin.